Das weihnachtliche Würzburg im Jahr 2012 vom Ausblick der Festung. Ein meiner Lieblingsorte hier in unserer Heimatstadt. Von hier aus möchte ich Danke sagen. Danke an unsere Mitglieder, Freunde, Supporter und Unterstützer. Ohne euch wäre der Sogambra Fight Club nicht da, wo er jetzt ist. Der Sogambra Fight Club war von der Qualität noch nie so stark wie heute. Das ist nur euch zu verdanken. Von dieser Stelle aus möchte ich Ihnen frohe Weihnachten wünschen, besinnliche Zeit, Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünscht euch euer Trainer Frank Schneider. Bis zum nächsten Mal.